Fahrt ins Angertal Fußgänger unter Führung Hofgastein Führung Hofgastein Vor der Schneeberg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Links abzwägen zur Auffahrt Casa Ebenen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Auffahrt zum Hofgasteinerhaus. Auffahrt. Schon früh sieht man das weiße Hofgasteinerhaus rechts oben. Auffahrt. Sende Mast und Aussichtsterrasse. Sende Mast und Aussichtsterrasse. Abzweigung zum Hofgasteinerhaus. Sende Mast und Aussichtsterrasse. Nach den Häusern rechts geht es später ins Tal. Links gebe es einen Karrenweg zu Sende Mast und Aussichtsplattform. Wanderung auf die Hirschkarspitze. 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 Stahlseilsicherung. Wanderung auf die Hirschkarspitze. 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 Die Hirschkarspitze stellt einen in die Auslage. Man wird von überall gesehen und sieht überall hin. Gegenüber dem Bergrestaurant geht es zum Abstecher zum Schlossalmsee. Auf der linken Straße geht es zum See. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Abfahrt zur Heizingalm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier sieht man schon die Abfahrtstraße. Vor den Häusern. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.